Die Wolgograder Allee. Sie bildet die südliche Grenze der Stadt. Hier, in der Hausnummer 76, wohnte von April 1999 bis August 2000 der nationalsozialistische Untergrund. Für Uwe Mundlos, Uwe Böhnert und Beate Zschäpe mietete der Verbündete André E. die Wohnung. Hier, in der Anonymität des Fritz-Häckert-Gebiets, konnte das Trio unerkannt wohnen und seine Pläne schmieden. Eine Hausbewohnerin erzählt. Ich weiß, dass es um die Erdgeschosswohnung unten rechts ging. Ich habe wahrgenommen, dass dort ein Wechsel stattgefunden hat. Dass wahrscheinlich vorher ein Mann mit einem Kleinkind dort gewohnt hat, der ausgezogen ist und dann ab und an junge Leute in die Wohnung huschten und diese Wohnung auch wieder verließen. Wer das war, dazu hatte ich keine Wahrnehmung.